Schnappszahl und ich begrüße euch zu Part 11 von der Episode 3 von dem Let's Play Life is Strange. Wir müssen alle Sachen untersuchen. Und den Wohnwagen von Frank weiter untersuchen. Und ihr seht, das machen wir im Schnelldurchlauf. Aber man kann die Dinge auch nur angucken, man kann sie nicht aufnehmen oder anderes. Okay, das Messer finde ich interessant. Aber wir müssen erstmal die ganze Drogenhöhle hier durchsuchen. Da, sogar Plastikbeutel im Tausenderpack. Na, wo ist das, was wir suchen? Das ist für Frank, oder ist er sie verkaufen? Oder für beide? Schade, ich habe mein Frank Bowers-Decoder-Ring. Ich kann nicht glauben, er würde eine Karte tragen. Okay, diese Karte ist verletzend. Ich brauche etwas, um es zu öffnen. Oh, der Drogen-Drogen-Koffer, wollte ich sagen. Aber es ist ja ein Schrank. Schade. Also ein Herz für Tiere scheint er wirklich zu haben. Newbies Guide for Online-Business. Was haben wir da noch? Eine Lötlampe? Das ist ein ziemlich extrem. Der Bunsenbrenner für den Blubber. Ist da nicht noch ein Blubber daneben? Wir müssen irgendwas... Vielleicht den Baseball-Schläger? Ach, Messer. Messer ist auf jeden Fall gut. Ich dachte jetzt wegen Hebel den Baseball-Schläger. Aber mit dem Messer gehen wir jetzt erstmal hier hin. Mein Blubber wird irgendein Portal öffnen. Ich weiß, da war was drin. Können wir noch nicht mal mehr das andere Lüftungsgitter aufmachen? Ja, wenn da auch noch was drin ist. Oh Mann, Rachel und Franks Hund. Ich weiß nicht, ob ich mich auf den Tisch bemerken sollte. Frank B, hoffe du liest das morgen früh. Sorry wegen letzter Nacht. Ich war eine grässliche Bitch und habe es an dir ausgelassen. Und im armen Pompidou. Oh, was für ein Name für den Hund. Da geht eine Menge kranke Scheiße vor sich in meinem Leben. Und manchmal fühlt es sich an, als würde ich niemals aus Arcadia Bay rauskommen. Ich danke Gott, dass es dich gibt. Du bist das Beste, was ich hier habe. Und es bringt mich zum Lächeln, wenn ich an uns beide denke. Lass uns einfach für immer von hier abhauen. Ich werde dich immer lieben. Rachel. Ich bin glücklich, dass Rachel diesen Beste fahren konnte. Rachel hat wirklich mit Frank gehalten. Wir erfahren immer mehr über die. Oh ja, wir erfahren immer mehr über die. Hm, Trouble in Paradise. Frank, das war nicht cool, was du getan hast. Und schieb's nicht auf die Drohung. Du hast mir echt Angst gemacht. Was hat er denn getan? Und ich dachte, du kommst gar nicht mehr runter. Ich habe noch nie erlebt, dass du dich so benimmst. Und das nächste Mal wird das letzte sein. Ich bin Löwe und wir schauen nicht zurück. Ich sorge mich um dich. Uns. Also vielleicht sollten wir mal aus unserer Routine ausbrechen. Rachel. Jetzt haben wir ein Messer und mehr können wir damit nicht machen. Mal gucken. Können wir bei ihr? Da. Jetzt können wir ihr das Buch geben. Und ich schätze mal, sie wird ziemlich angepisst sein. Genau deswegen. Ich bin echt der Wunding, ob das so eine Hardcore-Lesbe ist. Weil sie wusste, wie du reagieren würdest. Und sie war nicht so ein Freund, hm? Nur eine Person, die mich schützt. Was hat jeder in meinem Leben mich verletzt? Mein Vater wird getötet. Du hast mich seit Jahren verletzt. Meine Mutter glommst auf den Steppfuckern. Jetzt rachel beträgt mich. Chloe. Auf das Dach geschmissen. Sehr cool. Uns fehlt aber immer noch ein Foto. Er denkt auch nach. Was wollten die von mir? Warum rennen die weg? Und wenn er genau drüber nachdenkt, wo ist mein fucking Schlüssel? Hä? Chloe. Hörst du mich nicht immer, ich und jeder für alles der Versuchung. Es ist so nicht fair. Ich muss jemanden schmissen. otherwise es alles meine Schuld. Schới das. Rachel and Frank Das ist William. Bei David ist es ja nicht ihr richtiger Vater. Ich habe das Gefühl, Max. Meine Mutter blämmt mich selbst. Nur weil sie wollte nach Hause kommen. Manchmal auch ich sie blämmen. Nein, du bist nicht. Ja, Max, ich bin. Sie wissen, was es ist, dass dein Vater nach Hause kommt, wenn du ein Kind bist? Und er niemals machte? Nein, natürlich nicht. Aber ich war mit dir, das war einfach ein terrible accident. Ich wünschte, dass ich mich besser fühle. Aber seitdem er stirbt, mein Leben wurde in verdammt. Du bist aber noch hier. Die ist aber richtig sauer. Die hat uns schweinesauer an der Uni abgesetzt. Und jetzt sitzen wir da. Fuck. Aber ist doch unsere Freundin. Was passiert jetzt? Ja, was passiert nun? Der Butterfly-Effekt? Die nächste Transformation? Ja, wir sind dabei. Konzentriere dich, Max. Die sind dabei. Die sind dabei. Die sind dabei. Der Blöken. Die sind dabei. Die sind dabei. Äh. rotiere L und R bis zu dem idealen Punkt findest. Ja, ich bin jetzt richtig, weil das seht ihr nicht, bzw. ihr seht es, aber ich merke das wirklich nur durch die Vibration der Lenkung. Ja, komm schon, Püppi! Ja, jetzt hab ich's. Oh, wo sind wir nu? Da wär ich aber auch blass. Jetzt sag nicht, wir können die Vergangenheit ändern. Und... Chloe ist nur ein Kind. Bin ich so weit zurück in Zeit? Du meinst Pancakes? Ich bin 18 Jahre alt, in meinem 13-Jährigen. Wie? 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 Wir? Ich voluntäre, um die Ecke zu brechen. Wissen Sie, wie viele Ecke? Joyce liebt William so viel. Viel Glück, Liebling. Deine Beförderung macht uns so stolz. Du kriegst eine Woche lang Two Whales Waffeln zu Hause. Dein dich liebendes Weibchen. Mom sagte, es ist wichtig. Das ist wahr. Ich glaube, das ist das letzte Bild. Ja, ist es. Das ist es. Wir haben's geschafft. Ah, das Reh, das ist aber doch unser... ähm... Wie nennt sich das? Ähm... Unser, ähm... Super-Tier, was uns begleitet. Hallo? Hey, Honey. Ich mache nur ein tolles Frühstück mit Chloe und Max. Wir werden mit den zwei Whales arbeiten. Was? Oh, ist das geil. Now I'll have an excuse to get a Mocha. I'll be there shortly. Chloe was so into Manga. Nice hair. Haha, deswegen die blauen Haare. I have to stop William from taking... Excuse me, lady. I know they never took that big vacation. Lisa, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She does have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? Oh, yeah. I miss movie nights here. Cookies and popcorn. Kekse und popcorn. Please, please. Er sucht seinen Schlüssel. Ja, und was machen wir jetzt? I forgot about this. Back to the White House. Warum? Dieses Bild ist für dich, damit du dich immer daran erinnerst. Okay. Unter dem Hut. Pause. Ach, natürlich nicht. Wir trinken doch keinen Wein, wir trinken Schnaps. Oh, wow. Jetzt mach ich einen Schnelllauf. Unsere Zeit ist um, da werde ich auch den Part beenden. Dann wird's mal länger als elf Teile. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Ja, ich würde sagen, an der Stelle mal so long, bis zum nächsten Part, euer Agent Peanut. Und da werde ich nicht. Okay, sag ich nach fü 쿨, war das。 Ich würde sagen, unser Schatz den S2, machen diese Laufner hug. Okay, ganz shoot. Also, Avantkarte Lateinigerung. Über keinen Moment. Zu zum pequeñacept.